Oh, 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 oh. Einen wunderschönen guten Abend hier, liebe Freunde, aus den Double F Productions. Mein Name ist Eaglewing. Von und mit mir in der Bildregie haben wir den Mr. J.P. Doyle, den Sie noch nicht sehen, aber jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Er wollte euch einfach hier nochmal an dieser Stelle unser geiles DJ-Pult hier demonstrieren. Also starten wir nochmal offiziell rein. Ladies and Gentlemen, Mesdames und Messieurs, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute, in dieser Backstage-Episode, werden wir zur Namensklärung von J.P. Doyle versuchen aufzuklären. Wir werden es versuchen. Ich habe da aber so meine Befürchtungen, muss ich zugeben. Versuch es. Möchtest du ein ganz bisschen was zur Namensgebung erzählen, Erwin? Eigentlich nicht. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, das war der Versuch der Namensgebung, beziehungsweise dem herausfinden der Namensgebung, was denn diese Initialen J.P. Doyle zu bedeuten haben. Ihr seht es hier im Bild und da bin ich sehr, sehr gespannt, auch im Laufe der Sendung. Ihr könnt es gerne reinkommentieren hier in den Chat, wie ihr unser neues Design, die neue Aufmachung hier findet an dieser Stelle. Ihr habt es ja sicherlich in den letzten Episoden schon gemerkt. Wir sind immer hier im Workflow sozusagen, um es mal in meine Namensanlehnung zu bringen, um das Ganze ein bisschen peppiger zu gestalten, frischer zu gestalten, einfach ein bisschen was zu machen, anzubieten. Und euch hier, ja, nach bester Couleur zu unterhalten. Sie sind dran. Schönes Wetter heute, ne? Schön kalt und die Kurzhose ist trotzdem da. Jetzt fängt ja mit dem Wetter an, das ist nicht wirklich wahr. Jetzt sind wir jetzt hier bei den Nachrichten. Ja. Ja, bei den Nachrichten. Verkehrsfunk. Verkehrsfunk. Ja, auf der A2 Richtung Bad Oeynhausen, A30, begab es sich, dass 450.000 Treckerfahrer, ne, so irgendwie ging es in dieser Woche rund oder geht es noch rund, aber wir wollen hier nicht mit schlechten Nachrichten lenzen, sondern mit guter Hausmusik. Und das ist hier heute Thema bei Backstage Episode 017. Genau, 17 Mal haben wir es hier schon geschafft, uns ans Mikrofon zu schleppen, der liebe Jörg und meine Wenigkeit. und seid gespannt. Wir haben uns committed, beziehungsweise abgestimmt, ich glaube ab Folge 10, dass wir nicht mehr verraten, welche Tracks wir spielen. Seid einfach gespannt. Genau. Es wird voluminös. Ja. Möchte ich behaupten, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das J steht nicht für Jörg. Das J, liebe Freunde, steht nicht für Jörg. Genau, das F.A.T. in Frank-André Timmermann, also das F steht für Gefahr. Ho, 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 ho. Ja. Ich habe Angst, ich habe so eine Angst. Ja, das weiß ich. Also ich bin heute hier ganz in schwarz angezogen und werde hier diesen Part auch übernehmen und dem gerecht werden. Freunde, ich habe richtig Bock, ich freue mich, dass du da bist, lieber Jörg. J.P. Doyle in the house mit mir. Mein Name ist Igo Wing und wir feiern heute Episode 17 von Backstage. Und ich würde sagen, wenn du keine Einwände hast oder Anregungen, Sorgen und Nöte, dann starten wir rein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sagt er. Drück mal die Musik ein bisschen runter. Ja, drück mal weg. Drück mal weg. Ja, bis dann. Jetzt mache ich so. Liebe Freunde, genießt es. Geht in den Chat. Macht mit. Haut rein in die Tasten. Wir werden euch verzaubern und dann gibt es hier gleich feinste Musik von Jörg und meiner Wenigkeit. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Live and in the mix. Eagle Wing. Bis zum nächsten Mal. 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 Live and in the mix. Bis zum nächsten Mal. 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 Alle, die jetzt hier schon online sind, Carsten, Sylvia habe ich gesehen, stellvertretend hier für den ganzen Rest. Schön, dass ihr dabei seid bei Backstage-Episode 17. Mein Name ist Eagle Wing und von und mit mir an der Seite Mr. JP Doyle. Ich weiß gar nicht, wo die Kamera ist, ist mir auch ganz egal. Die Kamera ist vor deiner Nase. It's right in front of my nose, I heard, ladies and gentlemen. Coming up next hier, Klassiker. Studio featuring Paulina SOS. Auch immer mal gerne durch, geremixed, aber hier ganz besonders schöne Version dieses Mal. Von Firma Skylark. Und damit viel Spaß hier bei Backstage-Episode 17. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Tja, das geht hier auch schon gut im zweiten Set. Los, liebe Freunde. Und ich habe gerade zu Jörg gemeint, mein Gott, wie komme ich jetzt hier von dieser Scheibe, vom feinsten Disco-Haus, zu Boris Brescher. Und ich würde sagen, einfach mixen. Und ich würde sagen, einfach mixen. Tja, mit Ab save'n live from the live from the FF Studios in Berlin. Tja, lieber Carsten. Jetzt bin ich hier so langsam drin im Übergang. Und du hörst es und du merkst es schon. Und ist der Boris Brescher, spezielle Nummer oder Künstler von dir gewünscht, die letzten Episoden. Und dem wollen wir natürlich Sorge tragen, Genüge tragen und nachkommen. Wir haben es eben im Chat gesehen, ihr Lieben. Partyplanungen sind hier aktuell. Auch die liebe Anita ist fleißig mit dabei. Schöne Grüße an euch zwei und natürlich alle anderen hier im Chat. Wir geben hier weiter Gas. Meine Wenigkeit in meiner Wenigkeits-Set. Und nach mir nochmal Mr. JP Doyle in seinem zweiten Set. Das hier ist Boris Brescher mit Sternengleiter. Viel Spaß Backstage. Here we go. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Now live and in the mix, Eagle Wave Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020